Goczofie Kopolski, I. ist die größte Stadt der Wojewodschaft Lebus und sitzt es von der polnischen Zentralregierung für Lebus eingesetzten Wojewoden. Die Regierung und das Parlament von Lebus haben ihren Sitz hingegen in Gielonagora. Geografie, geografische Lage Die Stadt liegt am Fluss Warte, rund 80 km nordöstlich von Frankfurt und 130 km nordwestlich von Pusen. Küstrin ist etwa 45 km entfernt. Nördlich und südlich des Stadtgebiets erstrecken sich weitläufige Waldgebiete. Stadtgliederung Stadtbezirke Batschina, Koschik, Chvaletschice, Gorchen, Jeneskanin, Mavischen, Novidewor, Piaski, Siedleis, Stachika, Rotmischie, Fibjice, Zakanale, Zawasi. Ziele nicht Siedlungen Chemikdolinki, Juropeishi, Pako, Piaski, Prolesi, Zedi, Slonetschen, Stachika, Tartatschen, Ulanci, Ustruni, Zazis, Cegelona, Dolina Geschichte Nachweislich war das Gebiet der späteren Landsberg bereits frühgeschichtlich besiedelt. Nach der Völkerwanderung lösten Slaven die vorher hier ansässigen Germanen ab. Für die Besiedlung der späteren Neumark wurden im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts deutsche Siedler von Herzog Leszek I. angeworben. Mit seinem Tod 1227 verfiel die polnische Zentralmacht endgültig, was den Markgrafenbrüdern die Möglichkeit gab. Auch jenseits der oder zu expandieren, angesichts des zunehmenden Fernhandels, gründete Markgraf Johanni. 1257 Landsberg als neuen bequemeren Flussübergang an der Warte kurz vor dem bisherigen Pass bei Zandoch, um wie dieser polnische Ort an den beträchtlichen Einnahmen aus dem Fernhandel teilzuhaben. Die Siedler kamen aus dem Gebiet der heutigen Länder Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und gehörten also zum niederdeutschen Sprachgebiet. Die Stadt erhielt den Namen Neulandsberg, den sie bis in das 16. Jahrhundert trug. Im 13. Jahrhundert wurde die Marienkirche erbaut. 1321 wurde die Stadt mit Stadtmauern und Toren gesichert. Im 14. Jahrhundert hatte sich Landsberg zum wirtschaftlichen Zentrum seines Umlandes entwickelt. Für 1360 wird die Stadtschule erstmals erwähnt. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden alle Vorstädte zerstört. Nach 1648 entwickelte sich Landsberg zu einem bedeutenden Umschlagplatz im Handel mit dem benachbarten Polen. Im 18. Jahrhundert sorgte die Etablierung des Tuchmacherhandwerks und des Wollhandels für einen weiteren Aufschwung. Punkt, 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 Punkt. Die Stadt war ein Garnisonsstandort. 1783 beherbergte die Garnison vier Schwadronen. Einschließlich zugehöriger Zivilisten umfasste die Garnison 900 bis 1000 Personen. Die Garnison verfügte über eine Garnisonskirche. 1804 wurde für die Schulkinder der Garnison Sangehörigen ein neues Schulhaus eingeweiht. Nach der Neuorganisation der Kreisgliederung im preußischen Staat nach dem Wiener Kongress gehörte Landsberg, warte seit 1818 zum gleichnamigen Kreis im Regierungsbezirk Frankfurt der preußischen Provinz Brandenburg. Seit 1939 mag Brandenburg. Seit 1857 war Landsberg an die preußische Ostbahn angeschlossen und erlebte dadurch erneut einen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Magistrat der Stadt zeigte sich bereits früh tolerant gegenüber den Religionen. Schon vor 1713 ist urkundlich ein jüdischer Friedhof nachgewiesen, anstelle der 1752 Erbauten. Aber baufällig gewordenen Synagoge errichtete die Gemeinde von 1853 bis 1854 eine neue Synagoge im byzantinischen Stil nach Plänen des Berliner. Architekten Karl Tietz. Landsberg hatte ein altsprachliches Gymnasium, an dem Unterricht unter anderem in Latein, griechisch und hebräisch erteilt wurde und an das Realklassen und eine Vorschule angeschlossen waren. Eine Stadtschule in Landsberg wird erstmals 1360 urkundlich erwähnt. 1892 wurde die Stadt aus dem Landkreis ausgegliedert und erhielt den Status eines Stadtkreises. Die Verwaltung des Landkreises blieb jedoch weiterhin in der Stadt. In den 1920er Jahren setzte sich die Bezeichnung Landsberg durch. Im Zweiten Weltkrieg schrieb Gottfried Behn in der Walterflexkaserne unter anderem den Roman Das Phänotyp. Im Frühjahr 1945 wurde die Stadt durch die Rote Armee erobert. Nach Kriegsende wurde die Stadt unter polnische Verwaltung gestellt. Die bisherige Landsberger Bevölkerung wurde am 6. März 1946 enteignet und, soweit nicht im Krieg geflohen, ermordet. Von der lokalen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben oder bis 1949 zwangsausgesiedelt. Die an ihre Stelle getretene neue Stadtbevölkerung stammt überwiegend aus Zentralpolen und dort vor allem aus der bisherigen Region Großpolen. In Landsberg an der Warte befand sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs das sowjetische Speziallager Nummer 4 in der ehemaligen General von Stranzkaserne. In dem 1945 Tausende Menschen unter sehr harten Bedingungen inhaftiert waren, viele starben an den Folgen der Haft. Einwohner zahlen 1709 zu 4, 1783 zu 5, darunter 293 Juden. 1.875 zu 21, 1.880 zu 23, 1.885 zu 24, 1.890 zu 28, davon 1.272 Katholiken und 606 Juden. 1.900 zu 33, davon 30.934 Evangelische und 1.785 Katholiken. 1.910 zu 39, davon 4.019 Evangelische und 4.252 Katholiken. 1.925 zu 43, davon 7.550 Evangelische, 3.681 Katholiken, 64 sonstige Christen und 496 Juden. 1.933 zu 45, davon 40.190 Evangelische, 3.876 Katholiken, 19 sonstige Christen und 435 Juden. 1.939 zu 46, davon 40.466 Evangelische, 3.942 Katholiken, 478 sonstige Christen und 97 Juden. Anzahl der Einwohner vor und nach 1945 in grafischer Darstellung Eingemeindungen. Eingemeindet wurden nach Gottschow Teile von Wibjice, Koschik, Teile von Karnin, Siedleis und Zielenich. Mawischen sowie Teile von Schwale Cicce. Zu dieser Zeit wurde auch mit der Anlage großer Neubaugebiete in Plattenbauweise begonnen, in deren größtem Gottschen im Norden von Gottschow. Heute fast 40.000 Menschen wohnen, polnische Namensgebung. Die Herkunft des polnischen Namens Gottschow ist nicht geklärt und kann mit Gottschini oder Gora zusammenhängen, wie zum Beispiel in Gottschow-Laski. Wil-Kopolski bedeutet dagegen Großpolnisch bzw. in Großpolen. Nachdem zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg der Name Gottschow-Nadwarta gewählt wurde, heißt die Stadt seit dem 19. Mai 1946 offiziell Gottschow-Wiel-Kopolski. Formal stand die Namenserweiterung Großpolnisch im Zusammenhang mit der Einteilung von Gottschow in die Wojewodschaft Posen am 25. September 1945. Ein Referendum, das im Jahr 2000 in der Stadt abgehalten wurde, bestätigte diesen Namen Sehenswürdigkeiten. Dom Sankt Marien aus dem späten 13. Jahrhundert seit 1972 Bischofssitz des Bistums Grünberg-Lanzberg. Konkordierkirche von 1776 wegen ihrer Außenfarbe auch Weiße Kirche genannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg umgestaltet und als Teil eines Klosters erweitert. Historisches Speichergebäude auf der gegenüberliegenden Warteseite, heute Museum. Pauksprunnen auf dem Marktplatz von 1897. Schröder-Ski-Villa erbaut 1903 für den Kabelfabrikanten Gustav Schröder, heute Landesmuseum der Wojewodschaft Lebus. Park mit dendrologischem Lehrpfad Martin Luther Kirche in der Brückenvorstadt, heute Kat. Christkönigkirche erbaut 1929, 30. nach Plänen des Architekten Kurt Steinberg. Volksschwimmbad Bergstraße in expressionistischen Formen, gestiftet 1930 von Max Barr. Finsterstatue von 2004 in Erinnerung an einen 1998 verstorbenen Stadt bekannten Landstreicher. Uferpromenade an der Warte. Wohnhaus des Marschkomponisten Karl Teig mit Gedenktafel. Hochbahnviadukt erbaut von 1905 bis 1914. Verkehr Der innerstädtische Verkehr in Gottschow wird seit dem 29. Juli 1899 durch elektrische Straßenbahnen bedient. Ein im Zweiten Weltkrieg großenteils vollzockener Ersatz der Straßenbahn durch Obusse wurde nach dem Übergang der Stadt an Polen rückgängig gemacht. Siehe Straßenbahn Gottschow wie Kopolsky. Durch Kooperation zwischen der Niederbahn im Eisenbahn und der polnischen PR-Bahn haben seit 2008 die Fahrkarten auf der Strecke zwischen Berlin-Lichtenberg und Gottschow wie Kopolsky grenzüberschreitend Gültigkeit. Zusätzlich zu dieser Strecke der früheren königlich-preußischen Ostbahn gibt es noch die Bahnstrecke Gottschow wie Kopolsky z. Baschenek. Einst gab es noch die Bahnstrecke Gottschow wie Kopolsky-Skviergena. Seit dem 20. März gibt es einzelne Züge der deutschen Regionalbahnlinie RB 26, die von Küsterin über Gottschow wie Kopolsky weitergeführt werden bis Kris sonstiges. In dem 1976 erschienenen Roman »Kindheitsmuster« von Christa Wolf ist Landsberg Handlung Sort von Geburt. Kindheit und Herr Anwachsen des deutschen Mädchens Nelly Jordan in Zeiten des NS-Regimes, das während des Zweiten Weltkriegs mit den Eltern in ein mecklenburgisches Dorf flüchtet und in den 1970er Jahren als erwachsene Person den Ort der Jugend aufsucht. In der Romanfigur Nelly Jordan sind autobiografische Züge der Dichterin Christa Wolf erkennbar. Die ihrer Heimatstadt Landsberg in der ersten Hälfte der 1970er Jahre besuchte Söhne und Töchter der Stadt. Karl Wilhelm Fröhlich, Schriftsteller. Eduard Nese, Meteorologe, Erforscher des Brocken im Harz. Gottfried Bernhardi, Philologe. Julius Gottlieb Wilhelm Adolf von Zastrow, preußischer Generalmajor. Eduard Boas, Schriftsteller. Hermann Ende, Architekt im Dienst der Deutschen Marine. Otto Gehend, Schriftsteller und Librettist. Max Barr, Sozialreformer, Mitglied des Reichstags für die DDP. Arthur Moritz Schönflied, Mathematiker. Adalbert Kelm, Architekt. Otto Antrick, Industrieller und Politiker der SPD, Mitglied des Reichstags. Robert Wartmüller, Historien und Landschaftsmaler. Martin Paul Müller, Grafiker und Landschaftsmaler. Paul Schulze Berghof, Schriftsteller. Georg Exhausen, Mediziner, Mitbegründer des Fachskieferchirurgie. Arnold Kriklo, Beamter in der Zeit des Nationalsozialismus. Marie Juchatsch, Frauenrechtlerin, Gründerin der Arbeiterwohlfahrt. Viktor Klemperer, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Willi Schäfers, Kabarettist und Schauspieler. Eckart Unger, Alt-Orientalist. Ernst Schwarz, Politiker der KPD, Mitglied des Reichstags. Witold Roter, Deutscher Admiral. Elisabeth Röhl, Politikerin der SPD, Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. Karl Bohnenstengel, Politiker der KPD, Mitglied des Reichstags. Alice Bendix, Wohlfahrtspflegerin. Arthur Rackwitz, evangelischer Pfarrer, religiöser Sozialist. Kurzschaft, Bischof von Berlin und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Friedel Hensch, Schlagersängerin. Walter Kuller, Landrat des Landkreises Aachen. Johannes Zoschke, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Rudolf Braunburg, Schriftsteller und Flugkapitän. Roger G. Newton, theoretischer Physiker. Rudolf Daber, Vorsitzender der Gesellschaft für geologische Wissenschaften der DDR. Christa Wolf, deutsche Schriftstellerin. Gottfried Kiesow, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Hans Wuttig, deutscher Maler. Friedrich Diekmann, deutscher Schriftsteller. Christian André, deutscher Philologe und Handschriftensammler. Rudolf Virchow-Experte. Horst Neumann, DDR-Diplomat. Klaus Lemke, deutscher Filmregisseur. Gunter Fritsch, Politiker der SPD, Präsident des Brandenburger Landtags. Karl Friedrich Geetmann, deutscher Philosoph. Michael Schneider, deutscher Historiker. Marek Silinski, polnischer Politiker. Kazimierz Marcinkiewicz, polnischer Politiker. Marek Jurecz, polnischer Politiker und Historiker. Adam Baldig, polnischer Jazzmusiker. Persönlichkeiten, die in der Stadt gewirkt haben. Friedrich Schleiermacher, deutscher Theologe und Philosoph, war von 1794 bis 1796 Prediger an der Konkordierkirche. Wilhelm Meidern, Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Landsberg an der Warte, Abgeordneter des Provinziallandtages. Karl Theik, deutscher Marschkomponist. Georg Segler, deutscher Agrarwissenschaftler, Landmaschinenkonstrukteur. Städte Partnerschaften. Gottsch-Sophie Kopolsky listet sieben Partnerstädte auf Kavadek-Tirini, seit 1992. Eberswalde, seit 2001. Frankfurt, seit 1975. Herford, seit 1995. Jön Schöpping, seit 2001. Sumi, seit 2006. Teramo, seit 1996. Fußnoten. AB Population. Seis and Structure by Territorialdivision. Ass of Unit 30. 2015. Gloni, Ursat, Städte, Steitschnie, abgerufen am 28. Mai 2016. Georg Wilhelm von Raumer, die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder Mark Graf Ludwig Estes älteren neumärkisches Landbuch aus dieser Zeit. Nikolaische Buchhandlung, Berlin 1837 S 28, Nummer 8. AB Karl Friedrich von Beneckendorf, kleine ökonomische Reisen. Bent 1 Zülichau 1785 S 433 bis 451. Gottlieb Benjamin Gerlach, Einweihungsrede. Gehalten am 3. August, als das der Garnison zu Landberg an der Warte geschenkte Schulhaus eingeweiht wurde. Berlin 1804. AB Riel und Scheu S 467. Kämpfprogramm des Gymnasiums mit Realklassen zu Landsberg H. A. W. mit Schulnachrichten von Ostern 1872 bis Ostern 1873. Landsberg H. D. W. 1873 S 24 F. F. Zeitung für das höhere Unterrichtswesen Deutschlands. Bent 1 Leipzig 1872 S 259 bis 260. Gottfried Ben Briefe an F. W. Ölze 1932 bis 1945 S 367. Holmkirsten. Das sowjetische Speziallager Nummer 4 Landsberg Warte S 27. Holmkirsten. Das sowjetische Speziallager Nummer 4 Landsberg Warte. Wallstein Göttingen 2005 ISBN 3-89-244-952-X. A. Engelien und Frau Henning S 162. A. B. C. D. E. F. G. H. I. H. T. T. P. W. 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 Verwaltungsgeschichte. D. Schrägstrich T. M. P. L. Schrägstrich Extension Page Unterstrich 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 37545.aspx Apps Language ist gleich M. L. Heike Amorst Die Vertriebenen Politik der SED 1945 bis 1990 Oldenburg München 2009 S 239 F. F. Gottsch-Suf-Mia-Star-Partnerski Abgerufen am 21. Februar 2016